Hallo, 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 schön, dass du da bist. Ich sitze gerade in unserer Ferienwohnung in der Schweiz mit so einem schönen elektrischen Kamin im Hintergrund, so schön entspannt und in der gesamten Zeit unserer Mini-Reise in der Schweiz habe ich für euch natürlich gefilmt, was wir alles gemacht haben. Ich habe auch unsere Wohnung gezeigt, also Roomtour gemacht und die wunderschöne Schweiz gefilmt. Die schönen Berge. Wir sind hier in einer Stadt am See in Kersau in der Nähe von Luzern. Und natürlich habe ich auch gefilmt, was wir alles gemacht haben, was wir so schönes hier unternommen haben. Ich hoffe, dass dir der Vlog gefallen wird und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du vielleicht schon mal in der Schweiz warst und wie du es fandest, würde mich sehr interessieren. Und lass uns anfangen. Ich fand's faszinierend, dass dort einfach niemand war. Man konnte ganz einfach in ein anderes Land einreisen. Und jetzt sind wir in der Schweiz. Wir haben eine Unterkunft über Airbnb in Kersau gemietet. Das ist in der Nähe von Luzern. Hier wollte ich euch schöne Aussicht aus dem Fenster zeigen, aber da kam ein Zaun. Ihr könnt aber die wunderschöne Aussicht sehen. Dafür liebe ich die Schweiz für die schönen Berge. Nach etwa 5 Stunden sind wir in Kersau angekommen. Da sind wir auf dem Parkplatz in der Nähe von der Unterkunft. Das ist so eine kleine, ruhige Stadt. Und wie man sehen kann, haben wir nicht wirklich Glück mit dem Wetter. Denn es ist so bewölkt und kühl. Und in den Orten, wo es Berge gibt, ist es nie gut, wenn es bewölkt ist, weil man auch die Berge nicht sehen kann. Wir haben einen Code für die Schlüsselbox gesagt bekommen. Da ist auch schon die Tür. Die Wohnung kann von außen betreten werden. Voll cool. Und so sieht die Wohnung aus. Das ist eher ein Apartment, wo Wohnzimmer und Küche gemeinsam sind. Hier ist so ein schöner Aussicht im Garten. Und es gibt noch ein kleines Schlafzimmer. Die Fensterbretter sind auch schön groß und man kann drauf sitzen. Da sind die Tische in unserem Garten. Und die wunderschönen Palmen. In diesem kleinen Zimmerchen steht ein Bett. Und da sind Regale. Und natürlich gibt es noch ein Badezimmer. So sieht das aus. Ganz klein, aber reicht total aus. Und die Wohnung ist schön sauber. Das ist ganz wichtig. Schauen wir uns jetzt den Garten kurz an. Obwohl es wegen dem Wetter nicht wirklich klappen wird, draußen zu essen, finde ich diese Möglichkeit trotzdem ganz cool. Und ich finde, hier ist alles so schön gepflegt. Generell ist die Schweiz super gepflegt. Was Wiesen angeht und so weiter. Ganz, ganz gemütlich sieht das hier aus. Und man könnte bestimmt das Essen draußen bei gutem Wetter genießen. Aber egal. Hier ist es auch ganz schön drin. In der Küche habe ich Starbucks Kapseln für die Nespresso Kaffeemaschine entdeckt. Ich liebe zwar Starbucks. Aber diese Kapseln sind für mich too much. Weil ich kein Espresso mag. Ist mir viel zu bitter. Am ersten Tag haben wir uns entschieden, nach Luzern zu fahren. Weil wir erstens Geld wechseln mussten. Weil man in der Schweiz ja mit Franken bezahlen kann. Also man könnte auch mit Euro bezahlen. Aber man kriegt Rückgeld in Franken und meistens zu ungünstigen Wechselkursen. Deswegen wäre es viel besser, das normal in eine Wechselstube zu wechseln. Und ja, natürlich wollten wir uns auch diese schöne Stadt anschauen. Luzern. Hier ist so ein schöner Fluss. Mit so starker Strömung. Deswegen habe ich das so gefilmt. Fand ich irgendwie cool. Und dann habe ich Starbucks entdeckt. Da habe ich mich sehr gefreut. Mich fasziniert das, dass die Seen in der Schweiz so schön klar sind. Schön klar und sauber. Und wir haben uns am ersten Tag entschieden, bei McDonalds zu essen. Weil wir festgestellt haben, dass die Preise extrem hoch sind in der Schweiz. Also das wussten wir natürlich schon. Aber trotzdem. Einfach nur ein Schnitzel für 30 Franken ist viel zu viel. Und die Burger bei McDonalds in der Schweiz sind anders. Ich habe Magra Klette ausprobiert. Es war super lecker. Und mein Lieblingsburger im Schweizerischen McDonalds ist Paprika Burger. Oh, das schmeckt so gut. Das gibt es leider bei uns in Deutschland gar nicht. Das Wetter ist am Abend noch besser geworden. Wir sind zurück nach Gersau gekommen. Ich habe Limonade getrunken, die ich von Deutschland mitgenommen habe. Die schmeckt voll gut. Ist aktuell gehypt. Dann sind wir rausgegangen. In der Nähe von der Unterkunft ist dieser schöner Vierwaldstättersee. So ein großer See. Mit so schönen Ausblicken auf die Berge. Wow. Es war trotzdem kalt. Wir haben Anfang August und ich habe meine Jacke an, die ich eigentlich im Herbst tragen würde. In der Stadt Gersau an sich gibt es nicht wirklich was zu tun. Man kann hier schön spazieren und in Restaurants essen gehen. Aber sonst kann man hier nicht groß was unternehmen. Es gibt hier so eine schöne Kirche. Ich dachte vielleicht könnten wir reingehen. Aber die war geschlossen. Wie auch meistens es der Fall ist. An der Seite war ein Weg und da war ein Friedhof. Der war so schön gepflegt, das ist mir direkt aufgefallen. Und da waren so schöne Statuen wie zum Beispiel diese Frau mit Hund. Und da waren überall Fotos von den Leuten. Das kenne ich eigentlich gar nicht. Bei uns macht man das soweit ich weiß nicht. Auf dem Friedhof war sie war symbolisch eine schwarze Katze. Die hat aber ein Halsband. Also gehört sie schön zu jemandem. Sie war so süß. Da war noch eine andere Katze. Und auch sie hatte ein Halsband. Und beide wollten gestreichelt werden. Dort wo ich ursprünglich herkomme aus Russland ist es überhaupt nicht gängig, dass man die Katzen, die eigentlich zu Hause leben, nach draußen lässt. Weil es auch gefährlich ist. Und die meisten Häuser, Mehrfamilienhäuser sind also so richtig hohe Hochhäuser. Da würde die Katze auch unwahrscheinlich wieder zurückfinden. Aber hier geht das voll klar in Deutschland und in der Schweiz. Vor allem in kleineren Städten. Weil sie dann einfach so schön spazieren können, in der Natur sind. Und es nicht gefährlich für sie ist. Das ist die zweite süße Katze, die auch gestreichelt werden wollte. Weil süß sind die Katze. Katze, 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 Katze. Das ist natürlich nicht mit echtem Holz, sondern elektrisch. Ein Spoiler schon mal. Ich habe vor diesem Kamin ein Video aufgenommen. Das kommt dann als nächstes nach diesem Video. Ganz, ganz gemütlich dieses Video vor dem Kamin. Ihr habt sicherlich gesehen, dass dort in der Wohnung so große Fenster sind und man reinschauen konnte. Aber zum Glück sind da Roläen. auch das war ein Teil von einem Video, das ich dort gefilmt habe. Morning Routine. Wir sind dann nach Luzern gefahren, weil wir gestern nicht viel von der Stadt gesehen haben. Und heute ist außerdem ein Sonntag. Es gibt also auch nicht so viel zu tun, weil alle Geschäfte genau wie in Deutschland so sind. Wir sind dann zu Starbucks Frühstücken gegangen. Wir haben einfach ein Käffchen getrunken. Die Preise sind hier eigentlich genauso wie in Deutschland. Genauso teuer. Ich fand diese Halter so schön. Deswegen habe ich einen drauf gemacht. Und da stand auch mein Name. Ausnahmsweise mal richtig geschrieben, weil in Deutschland mein Name. Jeder irgendwie mit J schreibt, was auch Sinn macht, aber trotzdem falsch ist. Danach sind wir ein bisschen in der Stadt rumgelaufen. So ist diese Hunde gesehen. Und obwohl heute ja alle Geschäfte zu sind, konnte man hier trotzdem was kaufen. Bei Bachmann schaut euch diese schöne Schokoladenwand an. Und da hängen an der Decke Pralinen. Fliegende Pralinen. Voll süß gemacht. Hier konnte man auch Pralinen kaufen und Kaffee und so weiter. Dann sind wir Richtung Bahnhof gelaufen und hier war auch ein Laden offen. Also am Bahnhof war irgendwie alles offen. Da konnte man Obst, Gemüse und sonst Essen kaufen. Achtet auf die Preise, wie extrem teuer in der Schweiz alles ist. Ich habe für ein Kilo Tomaten zwölf Franken bezahlt. Und die haben nicht mal gut geschmeckt leider. Immerhin habe ich die Tüte umsonst bekommen. Ich habe den Verkäufer gefragt, ob sie umsonst ist. Und er meinte leider nein. Aber ich gebe sie dir trotzdem voll süß. Ich habe dann noch sogar Tafelküchlein gekauft. Dann sind wir wieder zurück in unsere Stadt. Und das Wetter war so schlecht. Es hat geregnet und war so windig. Oh Mann. Wir haben uns dann in ein Restaurant hingesetzt. Da war eine Katze. Wie wir schon sehen konnten, lieben Leute in dieser Stadt schon so Katzen. Die hat da sogar Futter und Wasser. Die Aussicht hier ist so schön. Man sitzt direkt am See. Zum Essen gab es aber eher so Kleinschkeiten wie Toast oder kleine Pizzen. Ich habe mir einen Hawaii Toast geholt. Ich esse ganz gerne Pizza Hawaii. Deswegen mochte ich es. An diesem Sonntag haben wir auch nicht groß nur was unternommen. Weil wie gesagt, man auch nichts zu tun hatte. Am nächsten Tag haben wir uns aber entschieden in die Färme zu fahren. Ich habe mir vor der Fahrt eine Kleinigkeit geholt. Hat so gut geschmeckt. Mit der Färme meine ich ist nämlich, dass wir in die Italienische Schweiz gefahren sind. Nach Lokano. Das ist zwei Stunden von uns entfernt. Und direkt ist das Wetter so viel besser hier. Bei uns waren es 14 Grad. Und Regen. Und hier sind es 30 Grad. Und Sonne. Wir sind zum Thermalbad gegangen. Es ist direkt am See. Und es ist so wunderschön hier. Es war zum Glück gar nicht voll. Man hatte so einzelne Thermalbäder. Wo niemand war. Also es waren ganz wenige Menschen da. Aber hier ist zum Beispiel überhaupt niemand. Ich konnte einfach so reingehen. Und ich hatte so privat Poolfeelings. Von oben konnte man runter schauen. Es war super gemütlich dort. Und das Wasser ist 35 Grad warm. Also perfekt für mich. Weil ich persönlich immer friere. Und so warmes Wasser liebe. Außerdem ist das Salzwasser ja auch wohl gut. Ich mache meine Haare immer nach oben. Weil ich es gar nicht mag. Wenn sie nass werden. Und schaue durch diese wunderschöne Aussicht an. Einfach Berg und See. Wow. Wenn ich schwimme, bekomme ich immer Hunger. Deswegen habe ich mir einen Toast geholt. Und habe sie draußen mit so einer schönen Aussicht gegessen. Falls ihr das nicht wisst. Die Schweiz ist ja in vier sprachliche und kulturelle Teile aufgeteilt. Deutsch, Italienisch, Französisch und Rhetorumänisch. Deswegen meinte ich auch, dass wir in die Italienische Schweiz gefahren sind. Hier sprechen tatsächlich alle Italienisch. Und man findet zwar ab und zu Aussänge um Deutsch. Aber auch nicht über L. Das war für mich persönlich neu, als ich letztes Mal in der Schweiz war. Also das erste Mal. Da dachte ich irgendwie, die reden alle Deutsch. Und deswegen war ich sehr überrascht, als ich erfahren habe, dass hier einfach keiner Deutsch versteht. Weder Deutsch noch Englisch so richtig. Und trotzdem mag ich die Italienische Schweiz am meisten. Das fühlt sich voll wie Urlaub an. Als ich gegessen habe, sind die Spatzen angekommen und wollten mein Essen haben. Ich habe denen natürlich was gegeben. Dieser eine hat zuerst sein eigenes Stückchen gegessen. Und dann hat er noch dem anderen Spatz ein Stückchen Brot geklaut. Dann habe ich noch gesehen, wie ein paar von denen auf einem Handtuch gelegen haben. Einfach nur auf einem Handtuch haben sie gechillt. Ein schönes Leben hat man als Spatz in der Schweiz. Da war eine Dusche. Deswegen hatten die auch die Möglichkeit dort Wasser zu trinken, nachdem jemand geduscht hat. Und das alles mit dieser wunderschönen Aussicht. Draußen gab es auch einen Pool. Man konnte dort schwimmen und den See und die Berge sich anschauen. Danach sind wir in der Stadt Locarno spazieren gegangen. Hier war ein Locarno Film Festival. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Überall war Symbolik von dem Leopard, falls das überhaupt ein Leopard ist. Und man konnte so Sachen kaufen. Und viele haben tatsächlich auch solche Taschen getragen. Also scheint sehr bedeutsam zu sein für die hiesigen Einwohner. Da war auch der rote Teppich. Da bin ich natürlich drauf. Ich habe zuerst nicht ganz verstanden, was das Ganze soll. Aber dann sind wir weitergelaufen und haben so Stühle entdeckt und eine Leinwand. Ganz viele Stühle. Also sammeln sich die Einwohner der Stadt zusammen. Um sich Filme zu schauen, finde ich eine voll die süße Idee. Dann sind wir in einen Laden gegangen, mich hat dieses Schoko Getränk angesprochen. Hier könnt ihr euch die Preise sehen. Sind schon deutlich teurer als in Deutschland. Dann habe ich noch Pistazien Croissants gekauft. Und das hat so richtig gut geschmeckt. Normalerweise sollen ja Croissants in Frankreich gut schmecken. Aber ich fand das schon viel viel besser als in Frankreich irgendwie. Dann sind wir zum See gelaufen. Wie immer. See mit so kristallklarem Wasser. Voll schön. Da waren auch Babyvögelchen. Süße kleine Vögelchen. Die sind da so schön mit Mama und Papa rumgeschwommen. Voll gut. Dann habe ich diese Boote gesehen. Und vor allem mit der Rutsche. Ich dachte das wäre wohl cool. Da habe ich mir auch die Preise angeschaut. 22 Franken für eine Stunde. Aber ich hatte kein Bikini mehr dabei. Deswegen haben wir uns entschieden, einfach mal am See zu sitzen. Und das Wasser war außerdem auch nicht allzu warm. Also für meine Verhältnisse auf jeden Fall ziemlich kühl. Als wir wieder zurückgefahren sind, hat Navi uns über so schöne Aussichten geführt über die Berge. Ich habe so viel gefilmt, weil ich alles so wunderschön fand und es mit euch teilen wollte. Mir fehlen solche Berge voll bei uns in Deutschland. Da standen einfach Kühe in den Bergen alleine. Man konnte weder Menschen sehen, noch Häuser, wo sie hergekommen sein können. Und es gab sehr viele Tunnel durch die Berge. Ein Tunnel sogar 17 Kilometer lang. Wir sind da voll lange durchgefahren. Aber da war Stau. Deswegen sind wir umgefahren durch die Berge. So schön. Hier habe ich für euch ein bisschen Schweizer-Deutsch gefilmt, weil ich es irgendwie lustig fand und nicht mal alles verstanden habe. Ich frage mich dann mal, ob die Schweizer wissen, dass sie lustig anhören bzw. ob sie Deutsch auch komisch finden. Ich weiss es nicht. Ich wollte damit natürlich niemanden beleidigen. Alle Aussprachen sind toll, aber ich finde es einfach ein bisschen lustig. Tut mir leid. Und ja, ich habe mal wieder Katzen gefilmt, die diesmal bei uns im Garten waren und wir haben schon den nächsten Tag. Ich habe mir wieder was Süßes gekauft und wir waren wieder in die Färme, weil das Wetter bei uns katastrophal war. Voll kalt und in der italienischen Schweiz ist es einfach wärmer gewesen. Deswegen sind wir nach Lugano. In Lugano war ich schon mal und ich habe mich in diese Stadt sofort verliebt. Deswegen war ich super froh, hier wieder gewesen zu sein. Ihr werdet verstehen, warum, wenn ihr euch diese Aussichten anschaut. Das ist so wunderschön, der See mit den Bergen und die Stadt ist so gepflegt. Auch die Innenstadt ist wohl schön. Das werde ich euch später zeigen. Wir haben uns nämlich entschieden, heute im See zu schwimmen. In diesem schönen, kristallklaren See. Ich mag dieses Örtchen hier. Hier war ich auch letztes Mal genau hier, als ich in Lugano Urlaub gemacht habe. Eine Woche lang. Und das ist irgendein Hund von jemandem, der einfach nur nach Aufmerksamkeit gesucht hat, während sein Frauchen geschwommen hat. Hier habe ich für euch das Video gefilmt. Das Video ist schon auf meinem Kanal mit Seegeräuschen. Hier habe ich mich entschieden, reinzugehen. Aber ich habe direkt verstanden, dass es einfach viel zu kalt für mich ist. Vor allem dort, wo es ein bisschen tiefer ist. Deswegen bin ich schnell direkt raus. Und das war so lustig. Eine Frau neben mir meinte, ach, das Wasser ist so schön warm. Und ich dachte mir so, nein. Aber gut. Ich denke, das war trotzdem ganz angenehm. Und dann sind wir auch schon weitergelaufen. Weil ich wieder Hunger bekommen habe, sind wir zu McDonalds. Ich habe ja erzählt, dass ich Paprika Burger in der Schweiz liebe. Hier kostet eine Kugel Eis. Einfach 3,50 Franken. Das ist sogar teurer als in Frankfurt. Und ich dachte, bei uns ist es schon voll teuer. Da gehen wir auch schon Richtung McDonalds. Und es ist so schön dort. Hier hat man natürlich auch diese tolle Aussicht. Und darin sieht es so edel aus. Diese Decken. Man hat ein komplett anderes Gefühl als sonst bei McDonalds. Und natürlich sind die Preise ziemlich hoch. Aber das ist ja normal für die Schweiz. Auf jeden Fall haben wir mit so einer schönen Aussicht gegessen. Jetzt zeige ich euch meinen Lieblingsburger. Der Paprika Burger. Mit Hähnchen. Und das ist noch ein Burger mit Hähnchen und Bacon. Hat alles so gut geschmeckt. Und McFlurry natürlich. McFlurry liebe ich auch. Dann sind wir weitergelaufen. Wir sind durch die Stadt spazieren. Die Stadt an sich ist so wunderschön. Man merkt, wie gepflegt die Stadt ist. Und generell die Schweiz. Man legt viel Wert auf Details. Diese Decken zum Beispiel. Und da sieht man schon die Luxusläden. Und das sagt auch einiges über diesen Ort aus. Das hier ziemlich teuer ist. Ich habe dann Preise in einem kleinen No Name Bekleidungsladen gefilmt. Und die waren voll teuer. Also ungefähr 200 Franken für ein Kleidungsstück. Die Schweizer verdienen zwar mehr. Man sagt ja, beziehungsweise es gibt so ein Stereotyp, dass die Schweizer viel verdienen. Aber keiner sagt, dass sie auch viel ausgeben. Und deswegen sind sie eigentlich im Endeffekt nicht viel reicher. Ist jetzt zumindest mein Gedankengang gewesen. Ich weiß natürlich nicht, wer es in Wirklichkeit ist. Aber die Preise sind schon sehr hoch. Ich fand das so schön hier. Und ich fand es ein bisschen schade, dass meine Kamera nicht zu hundertprozentig das zeigt, was ich mit meinen Augen gesehen habe. Das war wirklich so schön. Hier bin ich so überrascht, dass es kostenlose Klos in der Stadt gibt. Einfach so. Und die sind sogar schön sauber. In Deutschland kenne ich das so gar nicht. Meistens muss man zahlen. Direkt in der Stadt gab es einen riesigen Lebensmittellladen. Dort gab es gefühlt alles. So viel Auswahl. Ich bin da wie durch ein Museum durchgetaufen. Wir haben uns dann was zum Trinken geholt und haben uns vor dem See hingesetzt auf eine Bank und haben die Aussicht genossen. Weil wir eine Coca-Cola-Dose dabei hatten, wurden wir von Kindern angesprochen, die uns gefragt haben, ob sie ein Foto mit dieser Dose machen können für ein Quest. Und diese Kinder waren russischsprachig. Die haben sich gewundert, dass ich auch russisch kann. Dann sind wir wieder in unsere alte Stadt gefahren. Und es war auch leider der letzte Tag unserer Kurzreise. Ich habe da einen Koffer gepackt. Dieses Kamin werde ich total vermissen. Das weiß ich jetzt schon. Und die Palmen natürlich auch. Ich liebe Palmen. Wir haben jetzt nicht allzu viel unternommen. Aber ich bin generell kein Fan von Stadtführungen. Ich möchte einfach die Stadt fühlen, sehen wie die Einheimischen wohnen. Das ist für mich schon das Interessanteste unserer Art Urlaub. Einfach aus meinem eigenen Alltag rauszukommen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Und ich wünsche dir eine gute Nacht. Beziehungsweise einen schönen Abend. Und kommentiere gerne, ob es dir gefallen hat. Ob dir mein Vlog gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen. Ich freue mich immer so total über eure Kommentare. Ja. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut.